Hallo YouTube! Ne, wir haben nur kurz über dich und Sarah geredet. Wir haben über dich gelästert und was hast du? Ist ja irgendwie normal. Und dass du kiffen tust. Oh, Kameradenschwein. Melvin, hast du das gehört? Hat er nicht. Das ist die Kiffen-Klue. Ne, das nicht. Klar meinen wir das. Melvin, kiffst du etwa? Ne. Hast du Bob drauf? Zu kiffen. Jeder macht das irgendwann mal, weil jeder wird mal neugierig drauf. Ich hab auch schon gekifft. In meiner Jugend. Dein Jugend ist ja auch komisch gewesen. Die war's, die. Aber sowas von. Ich saß in Untersuchungshaft bei der Bundeswehr. Was? Die Bundeswehr in Untersuchungshaft? Ja, weil ich mich schon ferngehalten hab, der Bundeswehr. Dann hab ich mir die Arme aufgeschlitzt. Dann musste ich erst mal in Untersuchungshaft. Dann musste ich ins Bundeswehrkrankenhaus. Dann wurde ich ausgemustert. Und dann kam ich vor Gericht, weil ich mich ferngehalten hab. Oh. Ich halt auch noch so, es war auch sehr oft schon vor Gericht. Also. Guck mal, da ist Farmboy. Und. So. Ja. Jetzt, wo Benni da ist, können wir noch Steamy. Ich muss mein Handy hier liegen lassen, damit ich das vibrieren höre. Eik. Ja. Eik, links bis rechts. Mitte. Warum? Oben oder unten. Was ist denn da? Oben oder unten. Mitte. Okay. Eik, du springst auf der Insel raus. Jetzt. Da bin ich schon lange vorbei. Ist egal. Okay. Wenn ihr das so wollt, ich spring dort dahin. Ich bin zuerst da. Leck mich. Geh zu deinem Steamy Stacks Teil. Warum will ich dich nicht mal hin? Ey, doch. Oh doch. Das warst du. Nein. Du hast die letzten fünf Runden immer rum genervt. Nein, ich hab hier markiert bei Dirty. Ist auf jeden Fall ein Team bei uns. Ich seh bisher nur ein. A team? Naja, ich hab viel gesehen. And we destroy it. With a team? Dann Melvin. Ja. Stell deinen Mann und löscht sie aus. Wenn du stirbst. Dann. 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 Sorry, jetzt aber. Du redest mit Sarah, dass er sich von dir trennt. Okay, jetzt muss ich überleben. Und du weißt, ich krieg das hin? Wahrscheinlich irgendwie. Keine Ahnung. Ist das eine Sache, die du nicht hinkriegen würdest? Was denkst du? Also, ich kriege es nicht hin, dass Melvin sich in jemand anderen verliebt. Ne, und was mit Sarah zu tun? Achso, ne. Da krieg ich alles hin, was ich möchte. Weil ich denke mal, dass... Ich will das jetzt eigentlich ungern sagen, aber... Ne, da müssen wir dann drüber, äh, später drüber reden. Das will ich jetzt in der Aufnahme nicht machen. Das gehört hier nicht hin. Okay, schreib mir das auf. Das gehört hier nicht hin. Ah, ich hab mir doch schon einen gekriegt. Was denn? Alles. Hab einen. Oh, Geschenk! Und ne lila ne Papp, die nehm ich auch an. Danke. Hab einen. Ich glaub, das sind aber auch nur Bots. Lol, ernsthaft? Ich krieg schon eine fucking goldene Piste raus? Princes, okay. Ja, eigentlich... Fügt damit Schaden zu, dann hab ich meine Quest-Fall. Ich muss eh mit allen Waffen Schaden zufügen für meine Prestige-Aufgaben. Hier ist ein Sniper. Ich komme. Was ist das hier eigentlich? Oh, ich muss... Hat jemand ne Halber-Suka schon gesehen? Äh, ja. Bei mir. Nimmst du die Melvyn mit? Äh, geht schlecht. Mein Inventar ist voll. Sarah findet das übrigens okay. Was? Ja, das war's. Hör-All. Deine Reaktion auf den Sticker. Achso. Naja, das muss ja auch sein und so. Weil... Genau. Mervin? Hier. Halber sogar. Ui. Geil, danke. Wo war die Sniper? Ach ja, ich hab übrigens nicht weiter gefunden. Äh, da im Haus. Ach, das ist so ne... Hier, also wenn dann jemand ne lila Pump will, ich hab ne 5 Schuss Pumpgun, die könnt ihr dann haben. Die ist kacke. Ja. Das ist ne Sniper. In welcher Etage denn? Weil unten ist sie ne... Wie da markiert wurde, gerade. In der unteren Etage ist sie nicht, Mervin. Lol, ich hab gar kein Damage bekommen. Hä, warum bist du jetzt nach oben? Ja, weil sie in der unteren Etage nicht ist. Ja, ich seh die Markierung nicht mehr da. Achso. Ich bin gerade von der Seilrutsche runtergefallen und hab kein Damage bekommen. Ja, ich weiß. Dann hast du Glück. Äh, doch, wenn du zu hoch abspringst, kriegst du Schaden. Okay. Hm. Also ich hab ne lila ne Pump für jemanden, der will... Ich... Warte, wo hat die Sniper nochmal? Ähm, hier Benni. Ich tausch gegen Lichtschwert. Ähm, Lichtschwert musst du dir holen, liegt auf der Seilrutsche. Huch. Ike. Warte, Ike. Ja, ja, ich will zum Elven helfen. Okay. Arsch. Schneeballwerfer. Da will man dir mal helfen, was machst du? Ja, richtig undankbar, ne? Äh, äh, ich häng fest. Äh, äh, hallo? Äh, hallo? Hallo? Wie? Äh? Das mach... Wie? Was passiert? Alter! Da, bitteschön. Danke. Ähm, wo war die Schnee... Wo war der Schneeballwerfer denn da nehm ich da mit? Malvin? Wo war der? Boah, der ist da unten beim Breeze Bambos. ich hab's ja auch markiert melvin hat noch gar nichts und ich werfe dir hier noch zwei mini sim ich sehe melvin deine markierung ist weg geht doch erst mal rein und macht den schild voll da sind zwei minis und dann mag ich noch mal bitte oder bleibt das stehen bei der sniper ich bin doch kannst du an das dieser baum oder sei ruhig eine katze immer noch ja stimmt also hier sind zwei kisten drauf die nehm ich mit danke sozusagen das war zu der stütze zu benny wegen den kisten hat irgendjemand als irgendjemand ein sniper ja ich will gerade aber nicht mehr hin okay war das vielleicht eine blaue nein war eine grüne okay ich habe eine blaue gefunden wir treffen uns bei der hier braucht jemand katz ich mach dich gleich zu gulasch melvin da hier in dem elaster ist ein rpg nervt mich nicht scheiß sturmtuchen nur weil ich euch ein bisschen geklitzelt habe auch hier hat noch keiner gelootet ich brauch ein lichtschwert lichtschwert habe ich doch markiert danke weil ihr die angehättet haben schießen die jetzt mir den arsch weg nicht nur dir nicht nur die okay melvin ist schuld der hat die bestimmt angeschossen als erstes daco ne ich hab nach dir geschossen ich stand hinter dir also doch melvin ich hab sie nicht angeschossen melvin nein melvin wirklich nicht du rauchst auch also kann ich dir und du erzählst einen du rauchst nicht also kann ich dir das nicht glauben ja ich rauch auch nicht eigentlich gehst du manchmal zu weit denkst du du gehst manchmal zu weit ja aber das ist mir scheißegal melvin kennt das nicht anders von mir der weiß wenn es zu weit geht dann soll er was sagen dann hör ich auf hier ist im übrigen aufrüst werkbank hier ist eine grüne sniper wo die aufrüst werkbank ist ist eine grüne sniper nein benni auf der stütze zu achten zwei stunden ja ja ich hab keinen schaden bekommen aber das hat gepasst sag mal wer hast du mich runter geschossen man kann keinen runterschießen aber wer hat mich angeschossen ich anscheinend kann man die leute doch runterschießen oh nein geschieht dir recht ey was hast du gemacht daco ne melvin ich hab nichts gemacht melvin melvin hat mich runtergeschossen melvin hat mich selbst dann runtergefallen man kann keinen runterschießen doch du hast mich runtergeschossen du kannst klar mich runterschießen doch ja also hast du mich runtergeschossen du kannst das gleich nochmal versuchen oder später man kann keine leute runterschießen man kann leute runterschießen aber nur gegner nein melvin ist doch kein gegner ne also friendly fire ist aus da kannst du keinen runterschießen du kannst er hat mir auch keinen schaden gemacht er hat mich einfach nur runtergeschossen du kannst halt wirklich nur ne das geht nicht du kannst nur gegner runterschießen ja heik wir testen das nachher echt auf wir machen mal von melvin runterschießen ich sag dir weil das geht nicht ich kann keinen runterschießen heik kannst du die sniper mitbringen ne ich bin voll es ist gegen die physikalischen regeln ich weiß nicht was das damit zu tun hat was hat denn das land mit den physikalischen regeln zu tun ich weiß nicht dieses ganze spiel ist nicht physikalisch richtig klar gebäudesstützen ein wenn man das unterste Ding wegschieß das gebäude benni würde schon lange weg fallen wenn man nur zehn zwei wände weg macht zehn zwei ähm leute ich hab hier nur lila farm vor mein deutschlehrer würde schon lange rum heulen bei deiner aussprache ja sagt der mit rechtschleppschwäche ja mein deutschlehrer heult nicht mehr rum melvin hast du heil bazooka der hat schon aufgegeben hat er gut oh hier ist ein Sessel ich mach mir nämlich noch schnell ne lila sniper ja so aber Darko Newton würde sich nicht an den Kopf passen du Arsch der hat sich schon lange an den Kopf gepasst was macht die da unten ich hab sie auch für uns aufmerksam gemacht wer und zieht unten wer denn ja unten hunderte warum hast du was gemacht pass auf warte ich block ein bisschen warte ich block ein bisschen deutlich hunderter die ballern eh auf mich also Leute da ist noch ein Team ja und einer mit dem Boot ich hab nichts zu bauen ich hab auch nicht viel da oder so was ist denn los ah komplettes Schild abgezogen die Hunde anstelle dass die sich gegen anstelle 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 fach hat jemand Sturm hat jemand Scharfschutz ich hab nur 27 ich hab nur 27 ich hab gar keine mehr wir kümmern uns wir kümmern uns wir kümmern uns wir kümmern uns um den der scheint wohl alleine zu sein ok die haben jemanden umgebracht die haben jetzt goldene waffen und gerne woweit ich das gesehen hab schaffen wir ja die ne das goldene ist ein blaster hat wer raketen moni äh ich kann jetzt nicht reingucken hier ist ein einzelner spieler der ist hier der ist hier noch einer die auch noch ja klar ja das oh man ach man alter erstmals zurück zu lobby was von wo kam der denn das war das andere team was jetzt angekommen ist das war ganz angeneh das war das war das war das war das war eine auch ر